In diesem Video zeige ich Ihnen die Funktion Bauteile in eine andere Variante duplizieren. Sie haben zum Beispiel ein Bauteil in Ihren Varianten vergessen. In meinem Beispiel ist es die Wand Außenwand gedämmt neu, welche ich gerade ergänzt habe. Diese Wand ist in den anderen Varianten noch nicht vorhanden. Möchten Sie jetzt dieses Bauteil in die anderen Varianten duplizieren, dann müssen Sie es zuerst markieren. Da diese Wand ein Fenster besitzt, wird das Fenster mitmarkiert und auch in den anderen Varianten dupliziert. Je nach klicken Sie in den Namen und wählen Selektierte Bauteile in eine andere Variante duplizieren. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bauteile in alle Varianten zu kopieren oder nur in eine bestimmte Variante. Ich wähle alle Varianten aus und starte den Kopiervorgang. Nun sind meine duplizierten Objekte in allen Varianten vorhanden. Malonea. Malonea. Untertitelung des ZDF, 2020